Wir haben die größte Gebäude für den Resting Applaus. Herzlich willkommen, Becker und Zandicevic! Sicherlich das 3 zu 0 gegen die Austria im Prata, wo sie gewonnen haben und er hat zwei Tore gemacht. Wir haben 3 zu 0 gewonnen. Ein wunderschöner Stadion, sicherlich viel schöner als jenes, in dem er noch gespielt hat damals. Und es ist die richtige Größe für RapidV. Eine richtige Größe für RapidV. Für ihn ist das wunderschön, weil er so noch beim Club dabei sein kann und das ist eine großartige Sache. So können wir noch in den Club dabei sein können. Vere Oy! Vere Oy! Vere Oy!